Stärke und Zellulose haben viele Gemeinsamkeiten und unterscheiden sich trotzdem ganz wesentlich. Beide Polymere sind Polysaccharide, die ausschliesslich aus Glucosemolekülen aufgebaut sind. Andere Zuckerbausteine kommen nicht vor. Bei beiden Polysacchariden sind die Glucoseeinheiten linear hintereinander angeordnet. Hier eine Anmerkung in Klammern. Eigentlich besteht Stärke aus linearer Amylose und verzweigtem Amylopektin. Wir beschränken uns hier auf die lineare Amylose. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Verknüpfung der Glucoseeinheiten. Das Kohlenstoffatom Nummer 1 ist jeweils mit dem Kohlenstoffatom Nummer 4 der nächsten Einheit verknüpft. C1 mit C4. Das gilt sowohl für die Stärke als auch für die Zellulose. In der Chemie nennt man das eine 1,4-glykosidische Bindung. Kohlenstoff Nummer 1 ist mit Kohlenstoff Nummer 4 der nächsten Einheit verknüpft. Stärke und Zellulose unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Punkt. Die Stärke besteht aus Alpha-D-Glucoseeinheiten. Die entstehenden Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bausteinen oder Monomeren. Diese Verknüpfungen heissen Alpha-1,4-glykosidische Bindungen. Bei der Zellulose hingegen haben wir Beta-D-Glucoseeinheiten. Die einzelnen Einheiten untereinander sind über Beta-1,4-glykosidische Bindungen miteinander verknüpft. Am Bildschirm erscheinen beide Strukturformeln sehr ähnlich. Der grosse Unterschied jedoch liegt in der dreidimensionalen Struktur der Moleküle. Wir betrachten als erstes die Stärke in dreidimensionaler Form. Stärke Moleküle sind spiralförmig. Das heisst, sie haben die Form einer Helix. Wir sehen hier gerade in sie hinein. Von der Seite betrachtet sieht man die Spiralförmigkeit sehr gut. Diese Form macht sie sehr gut wasserlöslich. Verdauungsenzyme wie Amylasen können sie deshalb leicht angreifen und abbauen. Betrachten wir als nächstes die dreidimensionale Form der Zellulose. Dieses Molekül hat eine andere Form. Es ist stäbchenförmig. Es ist sehr linear gestreckt, wie es da vorliegt. Es ist nicht helikal, es ist nicht spiralförmig. Die einzelnen Zellulose-Moleküle lagern sich über Wasserstoffbrücken zu kleinen Bündeln zusammen, vergleichbar mit den Spargeln in einem Bündel drin. Mehrere Zellulose-Moleküle zusammen ergeben eine Elementarfibrille, einige Elementarfibrillen zusammen eine Mikrofibrille und mehrere Mikrofibrillen zusammen eine Makrofibrille. In diesen Fibrillen drin sind die Zellulose-Moleküle über zahlreiche Wasserstoffbrücken mit benachbarten Zellulose-Molekülen verbunden. In der Summe sind die Bündel oder Fibrillen dann so stabil, dass die einzelnen Zellulose-Moleküle auch in Wasser aneinander kleben bleiben. Weil sie sich in Wasser nicht lösen, können sie nur sehr schwer von Verdauungsenzymen angegriffen werden. Deshalb ist Zellulose sehr stabil.